Der E-Logs Verpackungstipp Snowboard richtig verpacken Für den Versand eines Snowboards benötigen Sie folgendes Verpackungsmaterial. Stabile Kartonnage, Polstermaterial wie Luftpolsterfolie, Packband und Messer sowie den Versandschein. Polstern Sie Ihr Snowboard mit Luftpolsterfolie und fixieren Sie diese mit Packband. Umwickeln Sie anschließend das Board vollständig mit dicker Kartonnage. Fixieren Sie den Karton so gut mit Packband, dass er beim Versand nicht verrutschen oder sich lösen kann. Bringen Sie den Versandschein gut sichtbar auf das verpackte Snowboard an. Weitere Informationen zum günstigen Snowboardversand finden Sie auf www.elogs.de